Oh, ein Gast! Hallo! Hallo und willkommen im Hotel Brummpyramide. Wir könnten empfehlen ein Luxuszimmer oder ein normales Zimmer, je nachdem, was sie gerne hätten. In den Luxuszimmern haben wir mehrere Ausführungen. Einmal mit Pool, einmal mit Kamin oder einmal mit Kamin und Pool. Was hätten Sie denn gerne? Also ich nehme das Luxuszimmer mit Vollausstattung. Okay, mit Vollausstattung. Und wie lange möchten Sie gerne bleiben? Ach, vier Wochen gerne. Vier Wochen, okay. Die Rechnung schicken wir Ihnen dann aufs Zimmer. Hier sind Ihre Schlüssel. Danke sehr. Und ich mache dann jetzt eben auf, damit Sie auch rein können. So, dann kommen Sie bitte. Dann zeigen wir Ihnen zuerst Ihr Zimmer. Wie man hier schon sehen kann, das Hotel hat seine fünf Sterne verdient. Ist ein sehr elegantes Hotel. Und auch perfekt abgeriegelt durch diese Tore. Hier kann man nochmal schön sehen, unser Eingang. Hier rechts geht es dann zu den Zimmern. Hier sind halt zuerst diese etwas nicht so luxuriösen Zimmer. Ähm, hier links geht es dann zur Lounge. Da können Sie sich ausruhen und ein Buch lesen, wenn Sie mal vielleicht in Gesellschaft anderer Leute sein wollen. Und da unten ist auch ein Teleport zum Einkaufszentrum. Aber jetzt folgen Sie mir bitte erstmal zu Ihrem Zimmer. Da geht es hier lang, zu den Luxuszimmern. Und zwar ist das dann VIP-Zimmer Nummer drei. Wie Sie sehen können, ordentlich Lagerraum, ein Doppelbett, ein kleiner Pool und halt der versprochene Kamin. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Schön, wenn es Ihnen gefällt. Sie können Ihre Sachen kurz hier lassen. Dann gehen wir schon mal weiter. Und zeigen Ihnen dann die ersten Möglichkeiten, wie Sie sich hier im Hotel aufhalten, vergnügen können, wo Sie essen können und so weiter. Hier müssen Sie dann zuerst die Leiter benutzen. Und dann sind Sie auch gleich schon im Restaurant. Hier bieten wir Ihnen jetzt einmal zur Geschmacksprobe ein edles Steak von unseren privat gezüchteten Rindern an. Einen Moment, ich sage dem Chefkoch eben Bescheid, er solle eins machen. Das geht hier ganz schnell, weil sie immer frisch gemacht werden und sie schmecken echt super gut. Das werde ich dann doch gleich mal feststellen. Hier haben wir es dann auch. Dann können Sie sich einmal kurz setzen und Ihr Steak genießen. Das schmeckt sehr gut. Sehr gut. Und eigentlich tut man das ja nicht so, aber wir gehen jetzt mal in den Badebereich. Man soll zwar nicht direkt nach dem Essen schwimmen, aber wir zeigen Ihnen den trotzdem mal. Sie müssen ja jetzt nicht unbedingt schwimmen gehen. Zuerst müssen Sie dann hier Ihren Pass holen. Ich habe den jetzt schon für Sie geholt. Hier haben Sie Ihren Pass, Ihren Schwimmpass. Hier ist dann die Umkleidekabine. Da können Sie sich umziehen. Auch von innen abschließbar natürlich. Hier wäre dann unser Sauna. Unser Saunabereich. Und da könnte man dann halt zur Verbindung gehen, also zur Dachterrasse. Da könnte man sich dann zwischendurch auch nochmal wieder umziehen. Hier haben wir einen Whirlpool. Er ist halt sehr schön, warm. Dann haben wir hier die Sprungtürme. Wir haben auch Wasserfälle hier schön. Also man kann hier echt ein Badeerlebnis der Luxusklasse erleben. Sie können ja auch gerne mal reinspringen, wenn Sie wollen. Ja, gerne. Sie sind im Moment der einzige Gast. Aber das ist ja nicht schlimm. Nein, das ist doch immer schön, der Erste zu sein. Jetzt, ja, genau. Dann kommen Sie mal mit. Hier könnte man dann nämlich auch noch so für zwischendurch so ein kleines Meal einnehmen. Kleines Essen, so einen kleinen Happen. Und dann könnte man auch wieder aus dem Schwimmbad rausgehen. Dann haben wir nämlich noch mehrere Aktionen, die man hier im Hotel machen kann. Und zwar würde es dann als nächstes in den Regenwald gehen. Aber da machen wir im zweiten Teil weiter. Also schön den zweiten Teil angucken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.